Hallihalächeln und herzlich willkommen zu dem ersten Infovideo. Naja, also, da hat mir letzt jemand in den Kommentaren geschrieben, dass ich mir mal ein Aufnahmeprogramm besorgen soll. Hat mir da halt einen Link angegeben. Darauf hab ich halt geklickt und das war halt Fraps. Das würde 27 Euro kosten und wäre ich auch gerne bereit zu zahlen. Bloß, ich glaub, weil das ist ja nur Bildaufnahme, ne? Und ich glaub, da brauch ich dann noch so Outer City oder so. Das würde ich mir auch kaufen, okay? Ich würde mir auch ein Tonaufnahmegierig kaufen oder so. Oder eine Webcam, die Ton aufnehmen kann, okay? Bloß, ich weiß halt nicht, wie man Ton und Bild zusammenfügen kann und wie man das dann bei YouTube hochlädt, wie man das zusammenfügt und überhaupt, das weiß ich halt nicht. Also, wenn das jemand weiß, gerne in die Kommentare schreiben, weil sonst wird es bei der Kamera bleiben. Das muss ich sagen, weil vielleicht ist das manchmal nicht klar. Wenn ich das nicht weiß, wird es bei dieser Qualität bleiben. Und zumindest für sehr, sehr lange Zeit wird es bei dieser Qualität bleiben. Und ja, keine Ahnung. Deswegen frage ich euch. Ich meine, wir sind eine coole Gruppe und ich habe auch die Kanäle von euch angeschaut. Und ihr habt ja schließlich ein Aufnahmeprogramm und Tonaufnahmeprogramm. Und dann könntet ihr mir auch theoretisch sagen, wie das geht. Also, ich bin ja nicht blöd. Ich beobachte euch ja schon. Ja, also dann noch zum zweiten Thema. Ich habe mir überlegt, dann jetzt noch drei Videos, total kurz zu sagen. Ein Let's Special D-Sims 3. Je nachdem, was wir gerade specialen. Ein Let's Play, immer das gleiche, ist klar. Open End und noch ein Ego-Shooter. Ich werde nicht verraten, welche. Ich lache schon. Ist schon ein Startlöchern. Ich habe es fast in den Händen. Ah, habe es mir schon bestellt. Und ja, ich habe auch schon ein bisschen bei Online-Ego-Shootern geübt. Und ich muss sagen, ich sterbe sehr oft. Ich bin sehr chaotisch. Ich, äh, ja, ich kann es einfach nicht. Zumindest habe ich noch nicht so viel Übung. Und ich werde auch weiter üben. Deswegen wird es auch wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern. Eine Woche, zwei Wochen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall keinen Monat. Ähm, bis ich das dann hochleite. Die erste Folge von Let's Fail, der Ego-Shooter, der dann dastehen wird. Ähm, ja. Das wollte ich halt auch noch gesagt haben. Und es ist das erste Infovideo. Wow. Und, ähm, ja. Was soll ich noch groß sagen? Also, wie gesagt, es kommen dann drei Videos am Tag. Ich habe keine Ahnung, wie man Ton und Bild zusammenfügt. Und ich bitte euch da um Hilfe. Weil ich denke, ihr seid einfach schlaue Menschen. Denke ich mal. Und, ja. Ich hoffe einfach mal drauf, dass ihr mir da irgendwas sagen könnt. Oder, keine Ahnung, mir irgendwie einen Link zum Video weisen könnt. Oder selbst bei einem Video das erklärt. Oder weiß, was ich was. Soll mir egal sein. Hauptsache mir mitgeholfen. Und hauptsächlich kann auch die Videos in einer höheren Qualität, ähm, produzieren. Und ich hoffe einfach, dass es euch trotzdem gefällt. Obwohl gerade die Qualität ein bisschen low ist. Und warte, ich muss kurz ein Schlückchen Wasser nehmen. Wie so eine Moderatorin. Mmh. Ja. Und ich muss jetzt trotzdem husten. Dankeschön, husten. Ja. Ihr seht den tollen Spruch. Und meine Maus. Die hätte ich wegtun sollen. Aber, Gott. Ich feil halt gerne. Deswegen. Ja. Was soll's. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.